Wir haben nun den rumänischen Olympiasieger Vasil Duba als Interviewpartner bei uns. Leider gab es Schwierigkeiten mit unserem Deutsch-Rumänisch-Übersetzer, wir konnten ihn heute nicht finden. Dafür haben wir aber einen Rumänisch-Kizuaeli-Dolmetsch gefunden, wegen dem wir auch noch andere Dolmetscher anwerben mussten. Aber egal, Hauptsache das Interview kann stattfinden. Herr Duba, Sie sind also Olympiasieger. Ja, danke für das Gespräch.